Hey Leute, der L hier. Neuer Part von I'm Alive und wir drücken jetzt einfach mal hier auf den Generator, um die Kanister zu benutzen. Und wir fahren direkt hoch. Und auf dem Dach liegt noch ein Item. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Und ja, irgendwie spart uns dieser Aufzug doch eine ganze Menge Weg. Und da sind wir schon. Da sollte ich mich vielleicht nicht runterlassen. Da sieht es irgendwie auch ungesund aus. Ich kann mir nicht helfen. Aber große Wahl haben wir halt nicht. Aber ich habe ein paar Haken dabei. Da unten ist definitiv mal nichts weiter. Dann mal hoch. Links. Und gleich wieder hoch. Wir ruhen uns mal kurz aus. Wirklich mal einen Haken nutzen. Da können wir uns dann auch in Ruhe umsehen. Das ist praktisch. Und unseren Charme ein bisschen durchschnaufen lassen. Und weiter geht's. Das ist ja das Offensichtliche erstmal. Da haben wir was zum Ausruhen. Ach, eine Wiederholung dazu bekommen. Also ganz so knauserig, wie ich es in Erinnerung hatte, sind sie mit den Wiederholungen doch nicht. Wir holen uns jetzt mal das Dach von dem Aufzug. Ich weiß nicht, ob wir hier ohne weiteres wieder hochkommen. Ich hoffe es. Da ist der Haken. Oh, das müssten wir eigentlich schaffen. Wird ein gutes Stück Arbeit. Aber es könnte klappen. Gibt bloß wenig Energie drauf. Komm, 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 komm. Gut. Ging eigentlich noch ganz gut. Ging eigentlich noch ganz gut. Jetzt kommt ein ziemlich arschiger Teil. Jetzt müssen wir uns da bewusst runterfallen lassen. Aber ihr seht ja, da sind ja auch noch Stacheln und so Zeug. Das wird ein bisschen... Jetzt kommen wir automatisch auf das Dach. Ach, verdammt. Das ist natürlich blöd. Wollen wir wieder ein bisschen Energie verlieren. Ich weiß nicht, ob man an den festgesetzten Haken... Das werde ich jetzt mal ausprobieren, Leute. Ob man da irgendwie... Nein. Erstmal... Mist. Man da sich ausruhen kann. Ja, es geht. Gut, gut, gut zu wissen. Das wusste ich nicht mehr. Dann haben wir natürlich jetzt auch kein Problem. Verlieren wir jetzt nichts mehr weiter. Das ist auch so trügerisch. Da oben geht es noch... sehr viel weiter. Aber wir können da gar nichts machen. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Wie das denn jetzt hier weitergeht. Das ist ja jetzt das Rohr weggebrochen. Ne, es geht tatsächlich nicht. Leute, ich lasse mich jetzt mal rutschen. Geht der da eigentlich rüber? Nein. Müssen wir nochmal runter. Ich habe jetzt schon zu viel Energie verbraten. Warte. Als erstes zum Haken hoch. Ich lasse dann sich erstmal wieder ein bisschen ausruhen hier. Ja, sehr schön. Und rauf. Ah, das sieht so verführerisch aus, als ob da was sein könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass da nichts ist. Jetzt gucken wir uns das mal noch hier in aller Ruhe nochmal an. Wenn ich mich da fallen lasse, falle ich nur in Tod. Wenn ich mich runterrutschen lasse und drehe mich rüber, könnte es sein, dass ich mich da unten festhalten kann und dann da weiterhangeln? Na ja, wir müssen es probieren. Und zack, ja. Das war sehr knipplig, aber was wollen wir machen, ne? Lass der mal schnell da irgendwie rüber. Ich gehe mal kurz ins Menü. Nehmen wir irgendwie... Ein Wasser. Und ein Soda. Und hoch da. Vielleicht reicht das ja dann schon. Ich habe gerade keinen Schirm, wo ich hin muss. Das ist so mein Riesenproblem. Wahrscheinlich mit weiter rüber drehen dann. Das hat jetzt natürlich einen Haufen Energie gekostet. Hm. Nein, das war, das war jetzt eben nicht da, der sich nicht festgehalten. Mist, verdammt, das ist jetzt eine ganz schöne Strecke, was wir jetzt wieder zurücklegen dürfen, glaube ich. Ach, shit, das Kratz sieht aus, dass es tot war. Lass uns mal gucken, ach, wir haben nicht mal das Item da unten eingesammelt, ich kriege einen Hals, na gut. Gut, als allererstes, nein, was machst du? Ja, da sind die Rohre sogar noch zusammen. Jetzt kann ich aber ein bisschen Ressourcen schon da arbeiten. Na, geh runter bitte, danke. Gut, guck mal kurz mal Luft geholt von meiner Seite und weiter geht's. Zack. Jetzt gehen wir so weit rüber wie es geht, lassen uns dann fallen und rollen uns dann wieder rüber. Jetzt hat er auch noch genug Energie gehabt, das ist natürlich schön. Jetzt klettert er dann hier hoch. Hallo. Mist, 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 Mist. Bitte geh da rauf. Ich werde mir jetzt den Kletterhaken nicht holen. Ich werde jetzt versuchen einfach nach rechts weiterzukommen. Ich hoffe, dass ich da irgendwie rankomme. Jetzt brauchen wir eine kleine Erfrischung, es bringt nichts. Ich bin ganz schön verschwenderisch damit, gebe ich zu. Kann er da drauf stehen? Ja. Braucht das eine Erholung. Da geht's weiter runter, aber ich glaube, da müssen wir hin. Ja. Ei, ei, ei. Na. Das schafft er locker. Und wir haben wieder einen höllischen Abschnitt überstanden. Ich habe erst gedacht, ich schaffe das in dem Part gar nicht mehr. Items gibt es hier leider keine. Da geht's zumindest rauf. Mal gucken. Da geht's weiter. Okay. Und rauf. Rauf, rauf, rauf. Ja, rauf ist, glaube ich, richtig. Oh Gott, oh Schreck. Da brauche ich wahrscheinlich einen Haken. Ich habe noch drei Stück. Das ist gut. Okay. 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 Mal gucken. Na, da komme ich nicht mal rein. Verdammt. Bin da weiter hoch. Und Haken gesetzt. Und mal in Ruhe umsehen. Okay. Dann gehen wir erst mal weiter nach links hoch. Ja, ich sehe den Weg schon. Okay. Das ist relativ offensichtlich. Und jetzt rechts. Eieieiei. Das wird knäpplich. Jetzt brauchen wir wieder mal ein bisschen Energie. Erstmal rauf. So. Wir haben die Kiste, Leute. Wir haben hier die Kiste geplündert. Wir haben ein bisschen Antibiotika für die Kleine gefunden. Und einen Wurf- und Kletterhaken. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Was wir damit anstellen können, sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Ich bin dann für heute erstmal raus. Macht's gut. Ciao, Leute. Okay. Dann. Jetzt.